So, wir beginnen ganz solide mit einfachen Kniebeugen. So, wie in Elvengeon natürlich die Hände in die Hüfte, dann Kniebeuge. Die zweite Übung sind die sogenannten Flow Steps. Ich bin in einem tiefen Ausfallschritt, Arme sind zur Seite. Dann gehe ich mit den Händen auf den Boden und wechsel auf die andere Seite. Ich hoffe, ihr stoßt nicht an die Decke. Übung Nummer drei sind einfacher Liegestütz. Übung Nummer vier sind Shoulder Tabs oder Shoulder Touches. Das heißt, ich bin in Liegestützposition und fasse mich immer rechts und links im Wechsel an die Schulter. Okay? Übung Nummer fünf sind die Mountain Climbers. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Übung Nummer sechs, Flatter Kicks. Ich lege mich auf den Rücken, Popo auf die Hände, Beine gestreckt und die Beine gehen auf und ab. Cool. Übung, die nächste Übung, Übung Nummer sieben sind dann Sit-Ups mit Fauststoß. Und zwar machen wir den Fauststoß, die Fauststoße immer zwei Stück überkreuzt. Das heißt, ich komme hoch und schlage mit rechts zum linken Knie, mit links zum rechten Knie. Komm hoch, bam, bam. Gut. Letzte Übung, die finde ich ganz charmant. Side Planks mit Rotation. Das heißt, ich stütze mich auf die Seite, Arm streckt hoch und jetzt greife ich unter mir durch und komme wieder hoch. Unter mir durch und komme wieder hoch. Fünf Stück, dann wechsle ich auf die andere Seite. Okay. Ich sage aber noch jedes Mal, wenn die Übung dran ist, welche Übung als nächste tatsächlich kommt. 4, 3, 2, 1, work. 3, 2, 1, rest. Okay. Cycle 1, complete. So, bitte slow step, noch ein bisschen glatt. So, bitte slow step, noch ein bisschen glatt. So, bitte slow step, noch ein bisschen glatt. 3, 2, 1, rest. Cycle 2, complete. So, bitte slow step, noch ein bisschen glatt. Prepare and work. Was. So, bitte closed. Aufwärtsend für die Schultertests. Sollten wir gerade mal auf den Schulterkopf. Prepare and work. 3, 2, 1. Rest. Cycle 4. Okay, auf und rein was. Wieder liegst du den Schulterkopf, dann renne, renne, renne. Prepare and work. 3, 2, 1. Rest. Cycle 5. 3, 2, 1. Rest. Cycle 6. Complete. So, enough, so you're going. You're going to sit up. This is how I was stretching. Prepare and work. Come on, I'll switch. And plank. 5, 2, 1. Rest. Cycle 7. Complete. Head planks. 5 Stück auf jeder Seite. Getat. Okay, move. Man. 4, 2, 1. 5, 2, 1. 6, 3. 6, 3. Andra Sack. 5, 6. 6, 7, 7. 5, 6. 5, 7. 6, 8. 6, 8. 7, 8. 7, 8. Bis zum nächsten Mal.